Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns kurz angucken, was ein Gnotengrad ist. Denn dieser Begriff wird höchstwahrscheinlich euch hin und wieder mal um die Ohren fliegen und den werde ich auch hin und wieder mal benutzen, denn er ist relativ wichtig. Ja, wie eigentlich alles, was ich euch erzähle, aber das ist klar. Okay, eigentlich ist die Definition relativ einfach. Wir wollen uns diesen wundervollen Graph hier angucken. Es ist völlig egal, ob er jetzt hier eine, nun ja, eine Loop drin hat, beziehungsweise eine Schleife drin hat oder nicht. Und zwar ist der Grad definiert als die Anzahl an angrenzenden Kanten. Das heißt, einkommende Kanten zählen, ausgehende Kanten zählen. Das heißt, dieser Knoten hier, also der Knoten, hat dann den Grad 2. Das bezieht sich jetzt also auf den Knoten, den wir hier sehen. Das Ding hat Grad 2. Okay, jetzt seid ihr dran. Überlegt euch mal, wie es für diesen Knoten hier aussieht und wie es für diesen hier aussieht und für diesen. Und eigentlich ist das Ganze nicht so schwer, denn, ja, lasst uns mal ganz kurz gucken. Das Ding hier oben hat drei ausgehende, beziehungsweise eingehende Kanten, also hat das Ding Grad 3. So, jetzt kommt der etwas komplexere Knoten, und zwar der hier unten. Wie werden diese Self-Loops hier verwendet? Haben die, welchen Grad bedeuten die hier? Und die Antwort ist logisch eigentlich. Wir haben hier sowohl eine ausgehende Kante als auch eine eingehende Kante. Also zählt dieses Self-Loop hier einmal als ausgehende Kante und einmal als eingehende Kante. Und dementsprechend haben wir hier noch die eine, die und die. Das heißt, dieser Knoten da unten hat Grad 5. Ja, und das ist eigentlich auch schon die Knoten, oder das sind schon die Knotengrade. War jetzt ein relativ kurzes Video, aber ich versuche das Ganze, wie gesagt, so ein bisschen themenorientiert zu machen. Das heißt, ein Thema wirklich abzuschließen, und dann war es das von meiner Seite. Ja, genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal wieder, und wir hören uns. Bis dann. Ciao.